Da ist so krass, welcher Operator meine... Der redet auch ohne Ende, ey! Vorsicht, hier ist er noch! Alle Stehene im einen, hier bin ich eliminiert! Ja, 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 sehr gut Einer, der ist hier Der Feind lehrt sich! Der Feind ist in der Rolle über uns! Erfüllte Ausrüstungslieferung unterwegs! Ich glaube hier oben auf dem Dach ist noch einer. Na mal bei ihm da und wo. Sehe unter Feind beschutzen! Jut, 26 Meter hier. Krass, kannst du die nicht ausdenken? Wie oft ich den nach dem Shit-Brack noch K.O. Den habe ich unten gefunden. Rüben sind zum Hammer. Der Feind springt über dem Gebiet nach. Auf den Himmel ab. Gehen wieder. Feind ist. Feindlicher Clusterschlag im Anflug. Du verlierst am Boden! Fing ist der Fall! Guck mal! Fing ist der Fall! Fing ist der Fall! Weitere Zoll! Fing ist der Fall! Fing ist der Fall! Fing ist der Fall! Fing ist der Fall! Irgendjemand im Haus? hast du mir noch weggeschnappt ich glaube drüben in dem haus sind ja rechts oben in kohle mann ist gerade in der runtersprung ihr seid nicht die wo die jene vom shop und holen sie im drop oben fürs dach ich komme zu euch genau wer auf dem dach hattest du ja der auf dem dach ist tot was tut es robert nein habe ich mich erschrocken im keller da hockt er ist da und nur einer ja doch doch wo ist denn jetzt hier ach das bist du pascal aber irgendwo war ich glaube ich nur einer im keller oder war das quasi nicht richtig gesehen da kann sein hast du den den du vor kurzem da angeswacht hattest den hat 28 meter so ich bitte auch gejagt top er hier vor uns landet hier on the roof da unten läuft er landet wieder ja die sind hier hinten der schrot hat der ein glück hat er ein glück die lade hat er ein glück die lade die lade sehr gut die hier und an oh got me shit oh lifemark ich komm zu kurz oh 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 jump down von da wo bin ich erschossen oben ab, genau der ist unten bei der Moderation von der Moderation dringewesen shit break was wie bitte? wo ist der hin? hier ist der weggerannt ich glaub's nicht noch 10 weiter so das geld gehört uns muss ich ausdringen warum spielt der die pbsh so scheiße? jetzt hab ich die falsche genommen der ist one shot hier keller treppe nicht ganz one shot leider er brauchte echt noch was naja aber ich hab nen shield break gesehen ah ey ich kann nicht mit anderen pbsh komm ich nicht klar ich brauch den auspuff da dran ne ich bin wirklich bei mir ich bin wirklich eng ein bisschen quasi auch oben war mehr zu landen hier drüben mit cali sticks im treppenhaus er sieht mich er sieht mich richtung sie sehen wurde ich abgeknallt gerade wurde von hafen beschossen er seid vorsichtig geschützt schießt auch immer auf irgendwas und trifft da irgendjemanden auf die schießen von die haben wir jetzt noch haben wir dann wieder hier 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 Finish We're here not sure Okay, rocket launcher from headquarters I have not seen exactly where he was I think in the Treppenhouse I think in the Treppenhouse Treppenhouse, Raster Very good On top Jumping Headquarter From the prison roof K.O. They're coming They're selfless Just one guy Yeah, I see him Nice Well done Nineteen kills, congratulations Nineteen, not bad Not bad I don't hear anything Do you hear anything? No, I'm muted No, I'm muted Deswegen meinte David vorhin on the roof Ich denk mich schon, was quatscht David Der zu beängnisch hier auf einmal Ja, das dachte ich mir, als du darauf reagiert hast Ja Aber da bin ich dazu heute eigentlich was sagen Aber irgendwie bin ich davon abgekommen Okay, das war jetzt der nächste Sieg Wären wir vorhin nicht im Prison gelandet Hätten wir heute eigentlich schon mal Der zählt auch für mich nicht Das war einfach von dem Teammate Scheiß Entscheidungen Und äh Der zählt nicht Ganz einfach Ja, Punkt Runden, die unter 30 Sekunden gehen Genau Also Triple Triple Sieg Triple Lage Na, dann können wir den doch nochmal mitnehmen hier Quadruple Na gut Quadruple Gut